hallo und herzlich willkommen zu einer runde battlefield bzw zurück zu battlefield 3 multiplayer mit dem norbert, hallo norbert und jetzt läuft es tatsächlich flüssig wir spielen caspian border und meine ping, ich weiß nicht wann meine ping gerade ich bin gerade voll verplanet, ok lass auf A gehen ja, ich bin unterwegs, ich bin gerade bei B, das würde ein bisschen dauern bis ich hab also ich spiele momentan wieder mit meiner ACR, ich und meiner ACR, ich habe ein bisschen gepusht, jetzt habe ich ein rolle Visier, ein Schalldämpfer oben und ein Frontgriff Frontgriff ist auf jeden Fall für LOL, da würde ich einfach mal Haar zurückziehen warte, du bist gerade ziemlich leise ja, das ist dein Hund, das soll dein Hund nicht mal rausschicken das ist nicht mein ein Hund, das ist der Hund, der Schäfin ist nein, ich kann ihn nicht vorausschicken, das ist ja, der Hund ist größer als ich das ist gesichert und sicher ok, ja, ok, müsste damit liegen warte, 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 warte na schon, wenn ich den Hund hier rausschicke, der zerlegt mir meine Tür ok, komm Heli, komm Heli, komm Heli, komm Heli, komm Heli du willst jetzt du willst jetzt, ja, oh ja BAM Junge und sie fliegt, und sie fliegt, und sie fliegt, und sie trifft und sie trifft doch get down get down, bitches ja, sie sehen oben im Fenster sein, sie schießen direkt mit dem Raketenwerfer rein ja klar, falls sie sich verstecken was denn schießt ihr überhaupt oh, ich weiß nur, dass da Ohrwoll ich kann aber nichts machen gegen den doch, ich kann was gegen den Tank machen ich auch oh ne rakete fliege du ich hab sogar getroffen lek mich ich glaube die Handy vibriert gerade oder? Zzzzt ok, es hat vibriert es ich hab irgend ein Bild gesendet zugesendet bekommen aber ich I have no idea what the fuck this is me alter was für ne kannst du, kannst du grade nachschauen, was für ne Ping ich hab? ich kann nämlich ah, L L L L L L L L L Körs nee, du wirst mir jetzt momentan nichts angezeigt wir müssen mal kurz selbst umabgehen get down so, jetzt muss ich noch einen Trossballbildschirm rein weil normal, ich weiß nicht, ich hab momentan so ein bisschen das Problem, ich hab ne Ping von 23, ich hab e rege extrem herum Ich weiß nicht warum, ich bin auf B, ich stehe über, aber die Javelin wird. Ich weiß nicht warum ich so extrem lege teilweise. Ich habe 11%. Was 11%? Leben? Leben. Das gibt es doch nicht, warum lege ich so sehr. Lol, mir werden die ersten sechs Spieler nicht angezeigt. Von unserem Team. Achso, weil der weiter unten ist. Nö, ich sehe sie nicht, sie sind ausgeblendet, da ist nichts. Jetzt bist du gekommen. Ich will nicht, nein. Weißt du, ich verstehe, warum die Leute nicht maquis? Wuhu. Goddammit, der hat mir neig, der hat mir direkt ne 120 mm in die Fresse gerannt. Und bam, getroffen. Äh, schlechst du von da. Der hat Kanistermunition, Junge. Äh. Lol, schmeiß ihn weg. Lol, er ist ausgestiegen. Nein. Ohne Spaß, das war der hammergeilste Plan, den ich jemals in meinem Leben hatte. Einfach liegen bleiben. Ohne Spaß, ich dachte nicht mal, ich dachte nicht mal, ich dachte, ich habe schon irgendwie gewusst, ich werde sterben. Aber, ich habe mir nicht gedacht, okay, der Fäder schafft es jetzt, dass er mich gewinnt. Ich wollte eigentlich gar nicht. Ich dachte nur, okay, ich warte jetzt. Vielleicht Fäder neben mich oder so. Und dann kann ich ihn wegschweißen. Aber dann ist er auf einmal über mir gelegen. Und ich dachte so, okay, that's my chance made, bitch. Äh, als Sniper kannst du mit der Soflamme markieren, gell? Äh, ja, zum Beispiel. Ich habe den sogar getroffen. Weck mich. Trau dich rauszustellen. Ich muss weiter vorrücken. Okay, jetzt ist er kaputt. Und, 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 bam. Aber er hat mich auch ganz schön hart erwischt. Ich habe nur mal 17%. Boah, Alter, der umfasstet ja hart auch. Aber so richtig. Und du bist down. Nee, ich nicht. Ich habe dann kill gemacht. Oh nein, ihr kriegt's mich nicht. Zumindest nicht lebend. Ja, wo liegt's denn? Los, zeig dir. Und, messern! Messern! Boah, Lack, Alter. Ohne Spaß. Jetzt wäre mir gerade fast dasselbe wie Peter passiert. Boah, hast du das schon daneben gemessert? Hast du, wenn er dich dann selbst gemessert hat? Ich habe daneben gemessert, aber ich habe dann beim zweiten Anlauf geschaut. Ach so, okay. Sina, was ist los mit dir, hä? Langeweile! Seit wann lacht ein Hund wie ein kleines Mädchen? Äh, lol. Okay, die Viper hat sich mit daumlichem Engagement... Äh, ja. Wow, fuck man, Alter, der hat mich gesehen. Komm auf D, wenn ich's geht. Oder schaffen wir's in die Havoc rein? Oder in die Viper? Ich weiß nicht, was haben wir? Ja? Schaffen wir das? Havoc. Wir haben die Havoc. Okay, ist die gerade am Spawn? Nein, ne? Ich sehe die gerade nicht da. I have no idea. Ich weiß nur, dass ich hart unter Beschuss stehe. Sieh da! Ah, Junge. Wie ist beschützendste Position ever? Ich glaub zwar nicht, dass ich treffe, aber... LOL, ich hab den Tank sogar getroffen. Wüsst du mal was geiles wissen? Ich hab von C aus einen Tank getroffen, der auf D steht. Von C aus? Der ist auf D gestanden. Ah, da! Hilfe bei Kim, Mama! Wie er getroffen. Jetzt sterb doch endlich, Alter. Wie schlecht kann man sein, Alter? Oh! Da wär mein Laptop fast runtergeflogen. Das ist nicht so gut. Dein Laptop? Junge. Der schmeißt nicht der Mikrofon um, er schmeißt direkt den ganzen Laptop weg. Ja, klar, Junge. Rage-Grid. Oh, nee, der ist zu weit weg. Obwohl, es läuft eigentlich eh gut, außer dass meine KD negativ wird. Eins, zwei, Junge. Ich glaub, ich hab zwei schon gemacht, oder so. Ich weiß nicht, die hab ich nicht gemacht. Ich weiß, ich find's keine Gegner. Oh, ich hab ne Gegner von... Du hast eins, zwei, du bist drückt. Du hast aber 1300 Punkte. Oh, eat my rock! Alter, läggig gerade hart, man. Fuck you. Gegner eliminiert. Mit den Jevelin? Habt ihr auf Panzer geschossen? Ja, das ist, wenn sie bei der Explosion recht nahe beim Panzer dranstehen. Partnipp. Lol. Das kann sich sein. Ich hab' in den Ganzen ganzes Magazin reingedrückt. Jeter. Godzap, guy, huh? Alter, bin ich gerade mal mit Legen. Ja, ja, ja. I need ammunition. Goddammit, where are you? Ich hätte den Wichser markieren sollen. Kürz, 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 kürz. Alter, was super cool läuft für die Leute eigentlich hier im Battlefield 3 sind. Das sind alles die ur übertriebenen Soldaten. Was heißt übertrieben, Junge? Was, wenn ich das ur gerne mal sehen würde. Was? Äh, Leute. Dirb. Bitch. Richtiger Nu, warte. Ich schau, er fängt an, auf mich zu schießen. Ich töte ihn trotzdem. Wunderschön, ich bin gerade so hart am Legen. Mann, gib mir alles Munitionspäckchen. Ich seh noch immer nicht, was für eine Pingel ich hab. Junge. Was? Sione. Wo ist der Typ jetzt hin? Das ist Panzer eingestiegen. Nein, da ist er. Feindlicher Helikopter wurde in eurem Gebiet gesichtet. Ne, geht uns nicht. Äh, rüber Richtung B. Wie Richtung B? Ja, Richtung B. Ja, das ist ein Tank. Warte. Deswegen brauch ich Munition von diesem Wichskopf da. Nur er gibt mir keine. Komm schon. Warte, ich krieg den Tank. Fuck you, Alter. Jetzt muss ich nachladen. Geil, hat's den nicht erwischt? Nein, der läuft gerade vor. Und... ...der Typ da gefahren ist. Nein, schmult. Ich steh gerade eigentlich an der beschissensten Position, aber okay. Nee, die. Mann, Alter, hat der kein Munitionspäck oder so? Gib mir doch mal ein paar Kugeln. Okay. Du bist so, Reparatur? Okay, lass auf 10 gehen. Nein, aber ich könnte einsteigen. Hey, Wok. Hey, Wok, in der Luft. Wo, 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 wo? Wo bei uns? Ich markier sie. Kannst du sie markieren? Ich hab sie markiert. Ja. Warte, ich such sie gerade. Ich such sie gerade. Wo ist sie? Ich find sie nicht. Ich find sie nicht. Die ist da, wo normalerweise die Turm ist. Jetzt fliegt sie wieder Richtung Spawn von ihnen. Ich liebe es, solche Dinge zu markieren. Ohne Spass, dann haben sie keine Chance. Wir können sogar Javelins aufschießen. Ich glaub, mein Vater ist vorhin gekommen. Kannst du sie noch markieren jetzt? Sie ist gerade bei A. Hab ich sie. Schieß mir die Javelin drauf. Ja, meine Kugel steckt in der Luft. Ende und so erfassen. Ja, meine Kugel... Ja, wohl, Junge. Meine Kugel steckt ja in der Luft. Ich kann nicht wechseln. Jetzt kommt ich halt. Ich weiß aber nicht mal, auf was ich schieße, weil es bei mir nicht markiert ist. Sprich, normal hast du ja, wenn du auf irgendwas zielst, dieses Viereck. Und dann kommt innen noch ein Kreis, gell? Ohne Spass, ich werde hier die ganze Zeit zurückgesetzt. Das Gehme wird so hart auf meine Kugel. Das passiert aber bei mir nicht. Ich werde es, ich höre zwar, okay, ich markiere gerade etwas und es ist was markiert und ich kann jetzt schießen, ich kann abfallen, aber ich treffe es nicht. Aber du triffst es nicht. Also, ich kann zwar schon schießen, aber ich sehe nicht, was jetzt markiert ist. Verstehst du? Ja. 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 Wo ist sie? Wo ist sie Serork? Scheiße, die ist direkt über uns, die kann ich nicht markieren. Geht sieht das nicht aus? Ich hab eine Schl performed. Nein, ich wollte es vielleicht jetzt. Moment. Jetzt! Ich kann sie nicht auf Deutsch Sidek loginieren. Markiert, jetzt kann sie sie markieren. Jetzt kannst sie sie markieren. Sie hat gerade die Flaires abgefeuert. Gib ihr. Hab ich? Ich? Sie fliegt, sie fliegt, sie fliegt. Ich glaub die trifft nicht. Ja sie trifft nicht, oder? Die trifft einfach, oder? Scheiße, jetzt kann ich nicht mehr markieren, sie ist direkt über mir. Ich habe hier noch eine reingedrückt, die Rakete fliegt hier gerade nach. Ah, scheiße, Flares. Ja, sie ist down! Sie ist down, Alter! Durch mich? Ich habe sie gerade noch markiert, Junge. Du hast sie markiert, ich habe sie nicht mehr, Junge. Ich habe sie sogar nicht gesehen. Ich habe ihr nur eine mitgegeben, weißt du? Du hast gemeint, ah, du kannst sie nicht markieren. Und kurz davor habe ich noch abgefeuert, Alter. Ich habe noch einen Jet markiert. Okay, der ist jetzt direkt über mir. Gegen den kann ich jetzt nichts mehr. Ich habe den Panzer markiert. Okay, ja. Welcher, der dort vorne? Ja, ist jetzt gerade hinten. Du bist ja, wie hast du das? Nein, nein, ich bin im Panzer. Ich bin im Panzer. Ich habe nur schon die Erweiterung dafür. Wo ist denn der Tank? Ah, da, ich sehe ihn. Boah, ich komme auch nicht von der Stelle. Also entweder wir müssen, wir wechseln nächste Runde ins Server, oder du nicht aufwarte. Ich meine, ich habe ihn, warte, warte, warte. Ja, Serverwechsel würde ich sagen. Na, habe ich nicht mehr. Bleib, markieren weiter. Welche? Ich habe abgeschossen. Ich habe irgendwas abgeschossen. Na, war nun so ein Ding. Ah, da ist die Havoc. Ich markiere sie. Markiert. Abgefeuert. Ich sehe die Rakete. Ich sehe die Rakete, Junge. Ich sehe sie. Wie spannend. Sie fliegt. Nein. Getroffen? Das ist außerhalb meiner Funkreichweite. Aber der Havoc ist weg. Egal, ich habe noch ein Ding kaputt gemacht. Mit meinen, äh... Es war noch ein Ding. Oh, da ist ein Tank, Mama. Oh, mein Tank. Shit, man, jetzt kann ich... Das sehe ich nicht mehr. Ich brauche Munition. Ich weiß natürlich, wo Munition liegt. Das Ding gönne ich mir. Ich bin auf jeden Fall leid, diese ganzen Legs. Normal habe ich das nicht. Ich meine, es ist zwar von zu, dass meine Ping zwar steigt, aber... Das ist ein Jet, das ist in der Luft. Ja, nur jetzt kann ich nicht markieren, da ich selbst den Panzer steuere. Oh ja. Kein Problem. Das wird der Panzer nicht überlegen. Ich frage mich, wie viele Punkte ich überhaupt habe. Ich weiß das ja nicht. Ich sehe das ja leider nicht. Wahrscheinlich halten uns die Leute für mich. Oh, seid ihr alle behindert, Mann? Das sieht man doch voll leicht. Wir sind Tank auf der Straße von A zu, ähm, zum Turm rüber. Ich sehe ihn nicht, anhand von Gebäudeteilen und allem. Mit dem sollte ich mich aber nicht anlegen. Ohne ist Besichtung, da sind das gestorben, was ich markiert habe. Ja, aber was? Pff, genau. So, jetzt ist aber die Frage, was machen wir jetzt? Gib ihm! Wo sitzt du eigentlich in welchem Tank? Äh, der neben dir steht. In dem, du bist aber nicht der Fahrer. Nein, ich bin oben. Ich bin der hier oben. Nur guck! Das ist eine kleine Runde Ding, was sich hier oben bewegt. Ja, das ist der Panzer da vongegenüber. Hast du eine Javelin? Dann schieß auf ihn. Abgefeuert. Oh, Jet, Jet! Also, nochmal drauf schießen? Äh, ich markiere ihn gerade. Ja, du musst dich... Achso, ja, markieren musst du, ja, klar. Oh, Sniper, Sniper von der Straße irgendwo. Auf der Straße, auf der Straße. Und da ist auch ein Tank auf der Straße. Hab ihn markiert. Halter, wie drei Leute mit der Jervin's drauf. Letzene. Warte, ich markiere dich abok. Fuck, ich bin down. Auf der Straße ist irgendwo ein Sniper. Der liegt bei der Straße ein bisschen weiter links außen, wenn du von einem anderen Spawn kommst. Ich sehe ihn. Scheiße, uns hat ein Abrams. Ah, das waren zwei Schüsse von hinten. Ja. Macht nix, dort Spawn mit der RPG. Und dann haben wir ihn. Alter, wechsel jetzt. Äh, warte, das ist jetzt was? Das ist... Ah, ich bin hier nicht in den Jermat. Alter, leck mich doch. Warum ist meine... Warum leck ich so sehr herunter? Oh, ich bin sogar ein Tankleicher. Ja, das waren wir. Ich sehe den Sniper, by the way. Ja, komm, wir drücken machen. Ja, ja, ich flankiere ihn. Ich bin jetzt versucht, jetzt, solange er mich nicht bemerkt. Bonusbesichtung, der Sniper wurde erledigt. Da kommt ein Jeep. Du weißt, dass du Jeeps auch markieren kannst, oder? Ja, ja. Ja, der Jeep ist Geschichte. Jo, hab ich bemerkt. Doch, ich sehe das, was du nicht siehst. Das sind Infanteristen. Au! Get down! Kannst du die Havoc markieren? Nein, gell? Die Havoc. Aua. Sniper von Turm irgendwo. Von Turm? Was für den Turm? Von dem Turm, der umfallen kann. Von D, Junge? Wenn du bei Conquest Large A hast. Ja, ja, das weiß ich. Das ist ja momentan Punkt D. Oder ne? Ne. B. Ne, das ist ja ne, von B. Das ist gar kein Turm. Ja, das ist so ne Sendeantenne. Ich weiß es nicht. Okay, dann nennen wir das Ding einfach jetzt Turm. Sendeantenne. Oh, Jeep, Jeep. Miep, miep, motherfucker. Komm, Alter, jetzt riefst du. War mein Junge, ich bin dauernd. Au, ACWR. Ich hab ein Tankkampfunfähig gemacht. Fridolin. 3 und 3. Sink 3. Und ich habe eine PIN von, ich habe eine PIN von, ich habe eine PIN von 36, warum lege ich? Und David gerade eingehoben. Egal, das gewinnen wir und dann, jetzt sehe ich. Das Duell geht, dann werden wir wahrscheinlich so verlieren. Okay, das brauchen wir mal. Ja, warte, ich bin... Okay, passt. Oh, lege, ich habe einen Standgewerb. Ja, okay, aber wo ist der Typ? Hast du ihn gesehen? Ne. Ich habe eine mit drin bei der Tankstelle. Pass auf, das sind Dinge. Ich glaube, ich weiß, wo er steht. Da ist ein Mörserschütze. Ja, das ist der Typ. Siehst du das auf der Map? Ja, ich kann aber nicht teamen, weil ich lagge, weil ich da und zurück gesetzt werde. Headshot, motherfucker. Flagge erobert. Ja, trotzdem, vielleicht ist hier noch irgendwer. Ohne Spaß. Ich sehe nicht mal unser ganzes Team. Unser ganzes Team ist bei mir ausgeblendet. Auf der Punktekarte. Lol. Wenn ich Tab drücke, habe ich, ich habe, ich sehe die, ich sehe niemanden mehr. Ohne Spaß, ich muss dann kurz entweder Battlefield schließen oder wir machen Serverwechsel. Oder wir nehmen was anderes auf, keine Ahnung. Das auch da hinten ist er. Halt, und? Ja, Richtung B, oder? Nö. Na dann, gehen wir mal Richtung B. Oh, da war ein auf D. Da sitzt er. Gehe er ihn. Ja, ich habe ihn. Ja, du hast ihn sogar gekillt. Was waren es denn die Täter? Scheiß, Sand. Brauchst du Medizin? Dich, ne. Das ist kein Schaden bekommen? Keinen. Also entweder hat er schlecht geschossen oder du hast das Glück. Ja, sagen wir einfach, ich glaube, ich habe einen Ruf. Ich könnte noch einfach sagen, ich bin von dem Ruf. Hast du den Typen da gerade gesehen? Nö. Welchen? Ich mache das in der Nachwärmung, ich weiß nicht, vielleicht. Ansonsten musst du dir das auf jeden Fall anschauen. Ich sage dir auf jeden Fall, sobald das Video oben ist, sage ich dir entweder die Stelle, oder ich sage dir, ich mache es in der Nachbearbeitung, dass du siehst. Wow, Sniper. Sniper, Sniper, Sniper. Ich wurde getroffen, ich habe nur mit 20%. Ich habe ihn, ich habe ihn, brauchst du keine Sorgen mehr machen. Auf dem Felsen da bei mir ist noch einer, da links. Er ist markiert. Aber ich sehe ihn nicht, doch da. Ich bin jetzt schon nicht mehr. Ich sehe ihn nicht mehr, er ist weg. Oh, von hinten. Bam. Lebst du noch? Ja, ja, ich lebe noch, halbwegs. Geh, das werden wir auf jeden Fall gewinnen. Ja, das werden wir gewinnen. Ah, Richtung D sind wirklich ein paar unterwegs. Nö, aber war's nicht. Boom, Fahrzeug zerstört. Denk auf der Straße, Richtung A. Warum markiert der Wichser nur Jeeps? Ja, wieso nicht? Vielleicht ist ein Ziel, wenn es ein Treffen. Ja, ich weiß, ich habe es nicht. Mein Fernseher will sich in 60 Sekunden abdrehen. Ich glaube nicht. Toll, jetzt habe ich keine Munition mehr. Oh ja, so ging es mir auch mal. Das heißt ja, einmal. Auf der A hat irgendjemand so. Egal, aber ich habe jetzt zwei Kills gemacht. Und beide mit der Jevelin. Kommt irgendwann eigentlich was an Raketen einfach noch nach der Jevelin? Nö. Jevelin 7, letzter. Yay, gewonnen. Nice one. Also jetzt dürft ihr noch einmal kurz meine Punt und Ribbon sehen. Ich glaube, ich habe recht viel gegen Tanks heute gemacht. Ich habe sogar meine KD verbessert. 3.000 Punkte. Oh, ich habe 6. Und dreimal hast du Ratten, was deine Pläge ist. 10-6, perfekt. Also ich bin positiv, Junge. Ich bin positiv, Junge. Das ist ganz was Neues. Was heißt hier ganz was Neues? Also, wir waren schon. Konkurse. Also, ich meine, die Lakes waren jetzt nicht so besonders. Wir müssen auf jeden Fall Server wechseln oder wir spielen Planets Air 2 oder so. Keine Ahnung. Mir ist egal. Gut Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Battlefield. Und ich weiß nicht, vielleicht werde ich an die Folge schon das neue Intro von uns dran schneiden. Vielleicht noch nicht, werden wir noch schauen. Ich schneide mal das Neue dran. Ich werde schauen, wir werden uns beraten. Wir haben ja ein paar oben schon. Die werde ich mir dann schauen, welche ich mir runterziehe. Gut, dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr es toll fandet, dann lasst eine positive Bewertung. Da dürft ihr gerne machen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Und ciao. Ciao.